Ich heiße Wade Watts. Den Namen hat mein Dad ausgesucht. Er fand, das klingt so nach alter Ego von einem Superhelden. Wie Peter Parker oder Bruce Banner. Aber er starb, als ich klein war. Meine Mom auch. Und ich bin hier gelandet. In meiner winzig kleinen Ecke nirgendwo. Man kann nirgends mehr hin. Nirgends. Außer in die Oasis. Ein komplett virtuelles Universum. Die Leute kommen in die Oasis, weil sie da alles machen können. Und sie bleiben. Weil sie da alles sein können. Spürst du das? Äh, ja. Nur hier habe ich das Gefühl, dass ich was wert bin. Die Oasis war die Schöpfung von James Halliday. Hallo. Wenn ihr das seht, bin ich tot. Ich habe ein Objekt entwickelt und versteckt. Ein Easter Egg. Wer das Ei als erster findet, der erbt eine halbe Billion Dollar. und die totale Kontrolle über die Oasis. Wer ist dieser Parseval? Und warum gewinnt er? Findet ihn. Das ist nicht nur ein Spiel. Los! Hier geht's echt um Leben und Tod. Die Oasis ist die wichtigste Ressource der Weltwirtschaft. Dies ist ein Krieg. Um die Kontrolle über die Zukunft. Willkommen bei der Rebellion, Wade. Wie viele von euch bin ich auch nur hierher geflohen. Aber dann habe ich etwas gefunden, was so viel größer war als ich. Seid ihr kampfbereit? Rettet mit uns die Oasis. Rettet mit uns die Oasis.